Yo Leute! Was geht ab? Erst einmal vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr beim Webvideopreis für unsere beiden Videos, Schüler und Lehrer, die jeder kennt, abgestimmt habt. Inzwischen sind beide in der Kategorie LOL nominiert. Genau, das ist richtig krass, dass wirklich beide Videos nominiert sind. Wir sind jetzt also mit zwei Videos unter den letzten sechs in dieser Kategorie und ja, jetzt wollen wir es natürlich mit eurer Hilfe auch gerne schaffen und das Ding für uns nach Hause holen, wenn ihr schon so fleißig gewoßt habt. Und ja, jetzt geht die nächste Votingphase los. Das heißt, wir müssen euch noch einmal nerven und euch noch einmal bitten, fleißig zu voten. Das geht bis zum 21. Mai. Es gibt aber weiterhin diesen großen runden blauen Button, den ihr nur einmal drücken müsst unter diesen beiden Videos. Ganz genau. Einmal täglich nicht vergessen. Wir verlinken euch natürlich beide Videos. Wo nochmal, Chris? Ich sag mal, hier eins und hier eins. Genau, da gelangt ihr direkt zu den Videos auf der Webvideopreis-Seite. Wie gesagt, diesen runden Button könnt ihr jeden Tag einmal klicken. Und da drunter könnt ihr auch noch den Facebook- und Twitter- und Google-Plus-Button betätigen. Aber... Das gibt sogar zehn Punkte. Das aber bitte während der gesamten Phase nur einmal machen, sonst zählt es nicht. Das heißt, jeden Tag den großen Button. Die kleinen Sachen nur einmal, aber die zählen sogar zehn Punkte jeweils. Wie gesagt, ihr seid die besten. Danke, dass ihr es bis hierhin geschafft habt mit uns. Und jetzt noch einmal bis zum 21. Mai Gas geben. Gas geben wir uns! Gas geben wir uns! Gas geben wir uns!